News und Talks für Gebildete. Ja, leider ist es in der Wissenschaft nicht so einfach, dass wir sagen können, wir können einfach, wenn wir Wahrheit suchen und Wahrheit als Schlüssel zu glücklichem und gesünderem Leben und Rettung der Erde und Weltrettung und so weiter, da könnten wir uns einfach auf die Wissenschaft verlassen. So einfach ist es leider nicht, denn auch in der Wissenschaft gibt es eben, den Großteil dort ist eben auch Irrtum, denn Irren ist halt menschlich und entscheidend ist ja immer die Frage bei Wissenschaftsirrtum oder auch eben Wissenschaftsbetrug und Fälschung, Fälschung und Betrug in der Wissenschaft. Wichtig ist ja immer sozusagen, welche Interessenslagen liegen vor, welche Geldflüsse, welche Gewinnmöglichkeiten durch Propaganda, also pseudowissenschaftliche Propaganda zugunsten irgendwelcher Firmen oder sonstiges. Entscheidend ist also, dass Wahrheit sozusagen eigentlich nur dort zu finden ist, wo Menschen sich aktiv aus dieser kranken sozialmarktwirtschaftlichen kapitalistischen Gesellschaft herausheben und sich unabhängig machen und quasi nur Wissenschaft betreiben für ihr eigenes Lebensglück, für ihre eigene Gesundheit und für ihre Langlebigkeit. Und das ist eben entscheidend, nur weltweit gibt es nur eine Instanz, die zweiten Scientists for Future 2, die also sozusagen, wovon immerhin einige der Wissenschaftler, die da dabei sind, haben sich rausgehoben aus dem kapitalistischen Wissenschaftsbetrieb, aus dem sozusagen sozialmarktwirtschaftlichen Interessens geleiteten Forschen in Richtung Irrtümer und Wissenschaftsbetrug. Und das ist entscheidend und deswegen finden wir dort eben als einzigen Platz auf der Welt wirklich die Wahrheit, ja. Leider, das ist im Kapitalismus so, der Kapitalismus ist ein irrtumsproduzierendes System oder ein System zur Produktion gewinnbringender Irrtümer, ja. Und das werde ich auch gleich nochmal erwähnen, ja, was passiert, wenn wir hier also googeln, rechte Mausklick, google nach, zweite Scientists for Future, da finden wir hier sozusagen, ja, jedenfalls hier bei uns bei Google finden wir Rat der Weisen, also zweite Scientists for Future 2, also als Teil des Weltrates der Weisen, das World Council of People, das ist kurz das Rats der Weisen. Hier finden wir nochmal den Zugang zum Immepressum, dann gibt es einen YouTube-Kanal, News & Talks und dann gibt es zwei YouTube-Kanal, zweite Scientists for Future 2, Initiative Weltrat und so weiter. Also das sind alles Zugänge zur Wahrheit, das ist nochmal das Gleiche. Ja, und Wahrheit, also sozusagen, ja, die zweiten Scientists for Future sind auch die, die sich zu 100% stützen auf diejenigen und das ist eben der Punkt immer bei Pseudowissenschaft und Wissenschaftsirrtum und Wissenschaftsbetrug und Wissenschaftstäuschung und so weiter, dass die sich nicht zu 100% auf diejenigen berufen, die, also Wahrheit finden wir immer da, dort wo, also Kopernikus, Kepler, Galilee und Newton und so weiter, die trafen auch auf viel Widerstand und wenn sie auf viel Widerstand treffen und der Hauptstrom der Gesellschaft, wir denken nur an Galilee, der zu Hausarrest verurteilt wurde und so weiter, das heißt, oder Giordano Bruno, der verbrannt wurde und so weiter, dann könnte es immer sein, dass es sich um Leute handelt, die wichtige Wahrheiten haben, denn soziale Marktwirtschaft und Kapitalismus als Irrtumsgenerator sozusagen mögen natürlich Wahrheiten nicht und deswegen ist es immer so, dass man auch die Wahrheit immer dann erkennt, dass es sich um wenige Wissenschaftler handelt oder um einzelne oder kleine Gruppen handelt, wie die zweiten Scientists for Future 2 und dass eben der Mainstream, der kapitalistisch-sozial-marktwirtschaftliche Mainstream immer einer im Prinzip die Gegenpropaganda gelehrt hat und dann diese wenigen diesen Irrtum aufdecken und Wahrheiten bringen, vielleicht sogar Widerstände erleben müssen, sogar vielleicht Ärger kriegen. Man denke nur daran, wie viele Menschen heute noch, wenn Charles Darwin heute noch leben würde, wie viele ihn gerne noch heute noch umbringen würden und so weiter für seine Wahrheiten und so ist es eben so, dass eben immer dieses Verhältnis ist, hebt sich jemand raus aus der kapitalistisch-sozialen-marktwirtschaftlichen Welt, sagt, nein, ich selbst interessiere mich für die Wahrheit und nicht für sozial-marktwirtschaftliche Propaganda und findet dann Wahrheiten und stellt sich mit diesen Wahrheiten dann auch im Prinzip gegen die Kernaussagen des kapitalistischen pseudobissenschaftlichen Systems, der kapitalistischen Universitäten, der kapitalistischen sozial-marktwirtschaftlichen Universitätslandschaft weltweit, die im Prinzip in erster Linie ein Diener der Konzerne ist und der Wirtschaft ist und so weiter. Ja gut, also hier finden wir also Wahrheit, wenigstens in einem ganz hohen Prozentsatz und alles andere können wir im Prinzip ignorieren, weil es sich dabei meistens praktisch um durch und durch sozial-marktwirtschaftliche kapitalistische Propaganda handelt um sonst nichts, ja. Und ja, wenn wir dann auf der Homepage des Rates der Weisen sind, also da können wir uns das dann so anschauen, da lesen wir dann erst einmal, warum die Wissenschaftler der zweiten Scientist for Future 2 sagen, ja, die Anliegen der jungen Leute sind berechtigt, wenn sie einen System-Change fordern, genau ohne das wird das nicht gehen, ja. Und deswegen muss die neue naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre, eines der Alleinstellungsmerkmale inklusive des Alleinstellungsmerkmales der mimetisch-genetischen Evolutionsanalysetechnik, die hier geschildert wird und so weiter, da findet man also Wahrheit. Und in allem anderen findet man leider nur kapitalistische, sozial-marktwirtschaftliche Propaganda. So, und dann haben wir hier zum Beispiel, gibt es bei den befreundeten Kanälen, die alles hier veröffentlichen sozusagen, sind also, wir haben ja also als befreundete Kanäle hier Instagram-Kanal News & Talks für Gebildete, die veröffentlichen alles aus unserem Video-Verteiler, also unser Video-Verteiler wird ja rumgeschickt und Leute, die das gerne veröffentlichen wollen, die bekommen dann die Videos und können sie selber hochladen sozusagen. Und hier ist das News & Talks für Gebildete, ist also ein Instagram-Kanal, der Sachen hochlädt. Was haben wir hier noch? Ich schaue gerade. Ja, hier muss man drauf. Zum Beispiel, dann gibt es noch den befreundeten Kanal, der auch noch unsere Videos hochlädt, ist News & Talks, da tut sich im Moment nicht ganz so viel, also eher auf dem anderen tut sich etwas mehr. Also hier auf News & Talks für Gebildete ist etwas rühriger im Moment mit der Veröffentlichung unserer Videos. Und dann haben wir eben diese YouTube-Kanäle, wo war das noch einmal hier? Ja, da muss es doch hier. Achso, nee, wir können auch einfach mal hier drauf gehen. Wir gehen jetzt einfach mal hier drauf. Hi, wo bist du denn? Ja, hier nehmen wir doch das hier. Also hier haben wir dann, wenn man also von der Startseite kommt, kann man also dann zum Beispiel das ganze Buch anklicken. Da findet man auch die Sammlung der wichtigen Links. Da findet man zum Beispiel hier Missverständnis, Annäherung, also so die Sozialismus-Kommunismus-Diskussion. Kann man mal aufschlagen gerade hier. Ja, dann kann man hier zum Beispiel auf dem Forum im Fridays-Vorum, ja, also hier das Forum heißt, ja, wie heißt es denn? Weltrat der Weisen, Weltrettung, ja, danke, aber wie? Da kann man sich beteiligen. Aber man kann natürlich auch genauso gut auf Instagram oder sonst wie diskutieren. Und ja, ich wollte noch zeigen hier zum Beispiel hier Talks aus Internet. Da findet man also auch nochmal wieder viele Videos. Das ist also News und Talks für Gebildete bei YouTube. Also ein befreundeter Kanal auf YouTube, der also das veröffentlicht, unsere Sachen, vieles von uns veröffentlicht und von den, und ja, wo ist es? Dann haben wir hier, zum Beispiel gibt es hier die Interviews mit den Professorinnen, die man sich anschauen kann. Das ist ein Kanal von uns, ja, also von den zweiten Scientists for Future 2, beziehungsweise von den ehrenamtlichen Helfern der zweiten Scientists for Future 2, zu denen ich ja auch gehöre. Und ja, also wir haben dann Talks aus Internet hatten wir einmal, ja, Talks, eigener Kanal, ja, der ist halt von uns. Das ist ja dieser Kanal News und Talks, das ist ja auch unser eigener. Ja, und so findet man also Wahrheit und leider muss man sagen, der Rest, da ist Propaganda, das sind irgendwelche antiewissenschaftlichen, pseudowissenschaftlichen, gegenwissenschaftlichen Vorstellungen, die da verbreitet werden. Und ja, also das, was ich eben gezeigt habe, das sollte man also studieren und kritisch natürlich hinterfragen und auch versuchen in dem, was ich jetzt als Wahrheit bezeichnet habe, auch wieder Irrtümer zu finden und das mit sachlichen Argumenten und Kommentaren gerne anzugreifen, denn echte Wissenschaftler, die sich mit Wahrheit beschäftigen, ja, wenn jemand Wissenschaft nur betreibt, um selber glücklicher zu leben, selber gesünder zu leben und selber länger zu leben, dann ist er natürlich auch immer interessiert daran, ob er vielleicht einen Denkfehler gemacht hat, ja, oder irgendeinem Irrtum aufsetzt. Aber wer zum Beispiel nur daran interessiert ist, Geld zu verdienen und Karriere zu machen, der ist natürlich interessiert daran, wer ihm Geld gibt, welcher Geldgeber, welcher Konzern ihn besticht und bezahlt und wessen, wessen Brot ich es, das Lied ich singe, also das heißt, welche Manipulation muss ich dann verbreiten, um Karriere zu machen und Geld zu kassieren und so weiter, ja. Aber wenn ein Wissenschaftler sich aus diesem kapitalistischen Spiel raushibt und sagt, ich mache jetzt mal Wissenschaft nur, um gesünder zu leben, glücklicher zu leben und länger zu leben, dann ist er natürlich auch immer an Kritik interessiert oder an sachlichen Argumenten, warum es ein Irrtum sei, denn am Ende will er ja, dass die Gesellschaft und sein eigenes Leben so glücklich, so gesund und so langlebig wie möglich wird, ja, und deswegen freuen sich natürlich echte Wissenschaftler über echte Kritik, aber echte Kritik besteht nur daraus, in eurem Konzept ist der und der Denkfehler, weil, weil das und das irgendwo wissenschaftlich doch bewiesen ist und so weiter. Und alles andere ist gar keine Kritik, sondern das ist Rumgegrunze und Rumgegrunze ist natürlich nicht gefragt, sondern es geht immer darum, welchen Fehler, welchen Fehler gibt es bei den zweiten Scientists for Future 2, wo haben sie sich geirrt und welche Argumente und welche Begründungen gibt es dafür, warum sie sich angeblich geirrt haben. Und alles andere ist gar keine Diskussion, auch kein Argument und kein Kommentar, sondern nur Rumgegrunze. Also bitte immer unter Versuch zu unterscheiden, was ist Rumgegrunze und was sind echte Kommentare und echte Argumente, ja. So, und auch außerdem sollte man auch erst argumentieren, wenn man den Grundgedanken oder die Grundgedanken der zweiten Scientists for Future 2 voll erfasst hat, ja. So, ja, Greta sagt in Lausanne, ja, wir haben wieder nichts erreicht, ja, wir haben nichts erreicht und wir werden jetzt nochmal Gas geben und so weiter. Ja, aber das ist alles sinnlos, denn ohne die Zusammenarbeit mit dem zweiten Scientists for Future 2 kann dabei nichts rauskommen, weil einfach niemand in der Lage ist, sozusagen das zu korrigieren. Ja, und ich sage noch einmal, wie die Korrektur aussieht, damit wir das, jedes Video sollte wenigstens einmal auch für die Neuankömmlinge jetzt hier kurz nochmal eine Wiederholung haben und das kann man ja nicht oft genug wiederholen, wie die Lösung denn aussieht. Und, ja, gehen wir mal hier hin, also, heute mal ein anderes Bild, um die Irrtümer aufzuzeigen. Also, was ist der Kapitalismus, was ist die soziale Marktwirtschaft der letzten circa 400.000 Jahre? Hört, hört, also es ist alles viel älter als naive Pseudowissenschaftler denken, ja. Also, 400.000 Jahre Geschichte des Tausches, des Tauschhandels, des Fernhandels und der sozialmarktwirtschaftlichen, kapitalistischen Handelssysteme und Marktsysteme und so weiter. Was ist der zentrale Fehler von sozialer Marktwirtschaft und Kapitalismus? Hier ist unsere Urgroßmutter, unser Urgroßvater vor 400.000 Jahren ohne die Erfindung des Tausches und des Tauschhandels. Ja, da kann ja der Tausch erfunden worden sein, aber der Tauschhandel als Profession war noch nicht existent. Der hat jetzt zum Beispiel hier in diesem Beispiel zufällig hier Kinder, ja. Und von diesen Kindern fängt ein, bleibt ein Kind, erfindet den Tauschhandel, diese drei Kinder erfinden alle den Tauschhandel, weil die Eltern oder der Vater oder wer auch immer ihnen den Tauschhandel beigebracht hat. Ja, und die ziehen jetzt mit ihrem Bauchladen quasi von Kommune, von kommunistischer, urkommunistischer Kommune zu Kommune vor 400.000 Jahren und versuchen, Waren gewinnbringend zu vertauschen sozusagen. Ja, und diese erzählen natürlich die neuesten Nachrichten und bleiben aber bei ihren Nachrichten, bei der Wahrheit. Zum Beispiel sagen diese Märchen, also hier die zwei Kinder erzählen immer sozusagen, ja, die eine Gruppe hat die andere, die eine Kommune hat die andere Kommune besucht. Und das war ein ganz tolles Fest und alle waren geschwust und glücklich miteinander und es war schön und ja, und alle genießen die Lebenslust und so weiter. Und der erzeugt natürlich in den Zuhörern keine Ängste mit seiner Geschichte, mit seiner Nachricht. Und dadurch resultiert daraus keine Konsumsucht, keine Kaufreaktion aufgrund von Ängsten oder so etwas und es werden auch keine natürlichen Glücksmöglichkeiten unterdrückt. Und deswegen kaufen nur sehr wenige Leute seine Produkte und vertauschen nur sehr wenig, er macht sehr wenig Gewinne. Und diese beiden Kinder haben jeweils immer nur wieder ein Kind, wieder ein Kind und ein Kind und so weiter, können also nicht viel Nachkommen ernähren und breiten sich nicht aus in der Evolution, sterben vielleicht sogar aus, weil sie eben mit ihren Wahrheiten sozusagen im Rahmen des Tauschhandels nicht genügend Manipulation ausstrahlen, um die Menschen so psychisch zu verändern, dass sie kaufsüchtig und konsumsüchtig werden. Während das andere, dieses Kind hier, das hat zufällig in seinem Kopf eine Irrtumsmeme-Mutation, also ein Irrtum, ein gewinnbringendes Irrtum zufällig hat sich in seinem Kopf ausgebreitet. Zum Beispiel nämlich das irgendwie, ja dieses Schmusen bei den gegenseitigen Besuchen und dieser Körperkontakt und auch das lange Stillen des Kindes und all diese Zärtlichkeiten und Körperkontakte, die seien irgendwie unschicklich oder schlecht, unmoralisch, unkeusch oder sonst wie. Das löst in den Zuhörern und der Mensch ist nun mal das vertrauensseligste Lebewesen der Erde aufgrund seiner früheren sozialen Geschichte sozusagen, hochsozialen Geschichte und als vertrauensseliges Lebewesen glauben, dass die Menschen schmusen weniger, genießen weniger Körperkontakt und so weiter, kriegen einen Endorphin-Mangel, also einen Glückshormon-Mangel und konsumieren mehr. Und schon kann dieses Kind beim Vertauschen mehr Erfolg erzielen, mehr wirtschaftlichen Erfolg erzielen und kann zwei Kinder ernähren. Dieses Kind und dieses Kind und dieses Kind hier zum Beispiel findet wieder weg von dem Irrtums-Meme zum Wahrheits-Meme und erzählt in Zukunft wieder Geschichten, wie schön es doch ist, wenn die Kommunen sich gegenseitig besuchen und wenn das dann so ein richtiges Liebes-Happening und kooperatives Liebesfest ist sozusagen und kann auch wieder dann weniger vertauschen und geht dann auch nach und nach wieder pleite sozusagen, während wieder hier dieses Irrtums-Meme-tragende Kind eben wieder in dem Fall drei Kinder bekommt und ernähren kann, ernähren kann, vor allem großziehen kann und füttern kann und ernähren kann, weil eben der Tauscherfolg so groß ist durch diese Irrtums-Meme, dass also der alles, was glücklich macht, unschicklich sei und schlecht sei und unmoralisch sei und die können dann immer wieder, kriegen auch wieder mehrere Kinder und so breitet sich dann also sozusagen die Welt der Irrtümer, der Händler mit ihren Irrtümern und mit ihren Märchenerzählern, die Irrtümer verbreiten und so weiter. Man denke nur an die heutigen Werbespots und so weiter, also wo dann mit Milliarden Macht Gehirnwäsche der Menschen betrieben wird, aus dem die Menschen erleiden einen Endorphinmangel, einen Glückshormonmangel, werden konsumsüchtig, kaufsüchtig und fangen jetzt an die Erde kaputt zu konsumieren und machen Raubbau an der Erde, weil sie einfach so viel nachfragen und Flugreisen und nach Mallorca und so weiter, weil sie versuchen ihren Endorphinmangel auszugleichen, nämlich sie versuchen mit Ersatzbefriedigungsversuchen sozusagen das durch die Manipulation, durch die Irrtums-Meme geraubte Glück wiederherzustellen und das ist der Wesenskern, das Kapitalismus, der Wesenskern des sozial-marktwirtschaftlichen Systems. Wahrheit stirbt aus, gewinnbringende Irrtümer bleiben übrig, weil sie die Menschen dazu manipulieren, zu einem Überkonsum, der die Erde überlastet und der Wesenskern des Kapitalismus ist eben, dass er in allem über Leichen geht, denn natürlich werden die Menschen hier krank durch zu vieles Essen, durch ungesundes Essen und so weiter, durch Konsum, durch Alkohol, Zigaretten, Tabletten und durch alles, was so krank macht und so weiter. Also man kann sagen, die soziale Marktwirtschaft ist ein glückszerstörendes und über Leichen gehendes System. Und das ist bewiesen, hier mit naturwissenschaftlich bewiesen, hier mit dieser mimetisch-genetischen Evolutionsanalyse, Technik ist das bewiesen. Und woran liegt es eigentlich? Es liegt daran, dass wir es zugelassen haben, dass die Schädigung anderer Menschen und das Plündern der Erde und das Vertrecken der Erde, was ja wieder andere Menschen schädigt, sozusagen, dass das zu gewinnen führt. Und das ist der Baufehler der sozialen Marktwirtschaft bzw. des Kapitalismus. Also müssen wir doch diesen Baufehler ändern. Und wie ändern wir diesen Baufehler? Zum Beispiel, indem wir eben sagen, ja, wir machen die Gewinne abhängig von meiner Wohlfühlnote und von meinen Gesundheitsdaten und von meiner Langlebigkeit. Wenn ich also gesund, glücklich und lange lebe, sozusagen, dann gibt es dafür Geld zu verdienen. Und wenn ich das nicht werde, wird weniger Geld verdient. Sodass dann also sich sozusagen der Kapitalismus sozusagen schlagartig, das ist der erste Schritt zum Ausstieg aus dem Kapitalismus, dass dieses Spiel, die Menschen mit gewinnbringenden Irrtümern zu manipulieren, deren Leben zu zerstören und dann Kaufsucht zu erzeugen gegenüber den eigenen Produkten, dass dieses kapitalistische Grundspiel nicht mehr funktioniert. Wie man das macht, ob man das über diese Wohlfühlnoten macht oder anderes, das kann man diskutieren. Man kann alles hin und her diskutieren, mit welchen Systemen man das macht. Aber auf jeden Fall darf man nie mehr zulassen, dass auch nur ein Mensch die Möglichkeit hat, sich an dem Unglück anderer Menschen zu bereichern. An Kriegen zu bereichern, an Krankheiten zu bereichern, an Leiden zu bereichern. Weil dann sozusagen ein Evolutionstrend in Richtung Mehrung von Kriegen, Mehrung von Krankheiten, Mehrung von Leiden und so weiter geschieht. Und das ist einfach die Menschheitsdummheit schlechthin. Also die soziale Marktwirtschaft, der Kapitalismus ist die Menschheitsdummheit schlechthin. Ja, Greta habe ich geschildert. Wie gesagt, ohne die zweiten Scientist for Future 2 hat sie keine Chance. Aber sie wird in die Geschichte eingehen als wieder eine derer, die nur geredet haben und dann die das Entscheidende verpasst haben, nämlich den System Change. Ja, dann nochmal zurück auf Cradle to Cradle, was auch nur kommen wird, wenn es mit den zweiten Scientist for Future 2 zusammenarbeitet, weil es nämlich den kapitalistischen Grundprinzipien ja widerspricht und menschenfreundlich wäre. Und der Wert, wichtig ist natürlich, dass Professor Braungart Wichtiges sagt, oder Braungart, Braungart, Wichtiges sagt, nämlich das. Und unser wertvollster Stoff sind ja eigentlich unsere Ausscheidungen, wenn sie nicht gerade mit Medikamenten vergiftet sind. Und unsere Körper, die auch genauso, sie sind natürlich, unsere Körper sind auch nur wertvoller Rohstoff, wenn sie nicht vergiftet sind durch Pharmazeutika. Aber im Prinzip gehört natürlich wie bei der Natur, da stirbt ein Lebewesen und geht wieder in den Boden über als Rohstoff, als wertvolle Rohstoffe. Oder die Ausscheidungen gehen in den Boden über und daraus wachsen Pflanzen und daraus wächst die Nahrung der Lebewesen wieder. Ja, also diese Kreisläufe fehlen natürlich bei uns, weil der Kapitalismus dann eben lieber andere Stoffe holt, die dann giftig sind und die dann die Böden vergiften und zum Beispiel die Uranvergiftung in den Böden und so weiter. Radioaktive Vergiftung in den Böden, das, was teilweise auch in die Pflanzen übergeht. Ja, das ist alles richtig, wird aber auch nicht kommen ohne die zweiten Scientists for Future 2. Übrigens, dass diese Gedanken von Gredel to Gredel hatten wohl einige der zweiten Scientists for Future 2 schon Mitte der 80er Jahre. Da hatten sie geschrieben, in einer Zeitung auch, hatten sie geschrieben über ein Leih- und Kaufsystem sozusagen neu kombiniert, zum Beispiel 100.000 sorgenfreie Kilometer kauft man statt eines Autos sozusagen. Oder man kauft 30 Jahre dichtes Dach, damit eben diese kapitalistischen Interessenslagen, zum Beispiel ein Dach kaputt zu reparieren und dann Profit zu machen an der neuerlichen Reparatur daran, dass diese Spiele alle nicht mehr möglich sind. Oder ein Wellnessverbund stellt, Unterhaltungselektronik zur Verfügung, weil wir einen Tarif gewählt haben, dass wir so und so viel Video schauen wollen und so weiter. Und dann gehören uns die Geräte nicht mehr, die bei uns stehen, sondern wir werden belohnt, wenn wir die pfleglich behandeln, die Geräte, die bei uns stehen und das Unternehmen wird belohnt, wenn diese Geräte störungsfrei arbeiten für die Zeit, die vereinbart ist. Und dann werden die abgeholt und ausgetauscht durch andere Modelle oder so. Und dann können die Geräte auch so hergestellt werden, dass sie wirklich kreislauffähig sind sozusagen. Ja, dann hatten die Crash-Propheten, also das sind die Crash-Propheten, sind die, die teilweise auch eben verfilzt sind mit dem Goldhandel und dem Silberhandel und so weiter. Also wenn ich einen Crash prophezeie und einen Zusammenbruch des Euros prophezeie, dann mache ich natürlich kapitalistisch wieder etwas, wieder mache ich natürlich wieder eine Manipulation in den Köpfen der Leute und veranlasse sie dazu, mehr Gold und mehr Silber zu kaufen. Und die befreundeten Firmen verdienen dann ganz gut da dran sozusagen. Und das hatte ich ja eben geschildert, wie diese Irrtums-Meme-Produktion funktioniert. Gewinnbringende Irrtümer. Wenn es natürlich kein Irrtum ist, wäre es ja die Wahrheit. Aber dann werden wir das sehen. Dann werden wir ja jetzt nächstes Jahr oder in zwei Jahren einen Crash haben. Aber nochmal einen neuen Denkfehler von Dr. Markus Krall vielleicht anzusprechen, also ein möglicher Denkfehler von ihm könnte ja sein, er sagt ja, dass es schlecht ist, dass die Nullzinspolitik zu Billigskrediten führt. Aber ist es nicht so, dass ein starkes, gutes Unternehmen auch diese Billigkredite nehmen sollte und nehmen wird und mit diesen Billigkrediten genügend Geld hat, um die Fähigsten in der Wirtschaft zu sich zu ziehen, also Leute zu Arbeitsplatzwechseln zu bewegen, zu sich zu kommen durch besseres Gehalt und so weiter. Und dadurch würden ja dann die starken Unternehmen profitieren und die sogenannten Zombie-Unternehmen, die also nicht so besonders leistungsfähig sind, die würden dann ja die fähigen Mitarbeiter verlieren. Es würde also zu keinem Binden von leistungsfähigen Mitarbeitern in den unfähigen Unternehmen kommen. Aber die unfähigen oder die wenigfähigen Unternehmen, die sogenannten Zombie-Unternehmen, die gehen ja bei Nullzins eben weniger pleite. Man kann das als eine ABM verstehen, als eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme, wo dann eben Leute beschäftigt sind, die dann auch wieder nur eine geringe Leistungsfähigkeit haben. Und das ist doch immer noch besser, wie Professor Sinn sagt, als die Arbeitslosenzahlen zu erhöhen. Denn wenn ich die Zombies aktiv pleite gehen lasse, zum Beispiel durch Zinserhöhung, dann erhöht das ja doch dann die Arbeitslosenzahlen. Und was habe ich davon? Volkswirtschaftlich, wenn dann wieder viel mehr Arbeitslose vollständig dem Staat auf der Tasche liegen, dann ist es doch günstiger, durch den Nullzins sozusagen die Sparer mit einer kleinen, vertretbaren Abgabe dazu zu bewegen oder dazu zu nötigen, quasi letztendlich diese schwächeren Unternehmen zu fördern und diese schwächeren Unternehmen als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen zu verstehen. Und es ist ja so, dass die immerhin ja nicht gar nichts produzieren, ja, oder nicht alles nutzlos ist, was die machen sozusagen. Und dann habe ich aber, stand statt Arbeitslose, habe ich dort beschäftigte Leute, die ich nur teilweise aufstecken, stocken muss, wie Professor Sinn sagt. Und ja, und habe dann eigentlich volkswirtschaftlich eher sogar vielleicht einen Gewinn dadurch, dass ich eben diese Zombie-Unternehmen, die etwas schwächeren Unternehmen eben nicht pleite gehen lasse. Ja, also von daher, das könnte ein zentraler Denkfehler von Dr. Markus Krall sein. Müsste man mal drüber diskutieren. Bitte Kommentare dazu überall diskutieren, ja. Dann, ja, übrigens, dann wird immer gesagt, ja, Deutschland ist sozusagen vom Vermögen her das ärmste Land Europas, viel ärmer als die Griechen und so weiter. Da ist die Frage, ob das nicht nur eine Sache, eine Verzerrung des Wohnvermögens ist. Ich wäre mal gespannt, wie die Statistiken aussehen, wenn wir das Wohnvermögen rausrechnen. Vielleicht ist es nur so, dass in Deutschland mehr zur Miete gewohnt wird. Denn wenn in Griechenland jeder sein eigenes Haus hat, dann wird das ja auch als Vermögen gerechnet und dann stehen die Griechen natürlich besser da als die Deutschen. Also wahrscheinlich steht Deutschland gar nicht so extrem schlecht da, wenn man mal das Wohnvermögen abziehen würde und rausrechnen würde und nur das Restvermögen anschauen würde. Denn auch der, der ein eigenes Haus hat, der hat ja nichts davon, der wohnt ja nur da drin und das ist ja eigentlich, sollte man vom Vermögen vielleicht mal abziehen. Ja, ich fasse zusammen. Ohne die zweiten Scientist for Future 2 werden wir den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft, das alles unglücklich machende, krank machende und alles zerstörende und kriegsvertreibende System, soziale Marktwirtschaft nicht beenden können. Wir können den Kapitalismus, die soziale Marktwirtschaft nur beenden über die kompetenten Leute und das sind die zweiten Scientist for Future 2. Tschüssi, bis bald!